Ähm... Ja! Unsere eisheitsbeliebten Grünen, sie sind im Sinkflug. Was ist denn da los? Und das Schlimme ist, es gibt nicht mal wirklich eine Alternative zu den Grünen. Unsere Qualitätsmedien, in dem Fall die Tagesschau, haben mal wieder einen rausgehauen. Es gibt keine Alternative zu den Grünen. Nein! Ich meine, die Grünen sind ja auch die einzige Partei, die unser Leben retten wollen. Die tun wenigstens etwas für den Klimaschutz, oder? Man muss es einem Herr Habeck schon hoch anrechnen, dass er eine Familie wie die Familie Greichen gefunden hat, die so viele Experten unter sich haben. Das schafft nicht jeder. Das sei ihnen doch gegönnt, dass sie so tolle Jobs von der Bundesregierung dann erhalten haben, oder? Ich meine, hätte es jemand anderes besser machen können? Ich wage es zu bezweifeln. In einem anderen Leben wäre der Herr Habeck wahrscheinlich Talentscott beim FC Bayern geworden. Ich meine, wenn man so ein Gespür für junge Talente und Experten hat. Und dann noch aus einer Familie. Aber zurück zum Thema. Für das, dass die Tagesschau behauptet hat, dass es nicht wirklich eine Alternative gibt für die Grünen. Hm. Dafür hängt die AfD die Grünen dann doch schon stark ab. Schaut mal. Neue Schockumfrage. In einer neuen Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Insa für Bild erreichen die Rechtsextremen 16,5%. Damit kommen sie noch näher an die SPD heran und vergrößern den Abstand zu den Grünen. Die Rechtsextremen übernehmen wieder. Hey Bild, kennt ihr eigentlich Olaf Sundermeyer? Also den Mann, für den alles rechtsextrem ist. Für den sogar linksextrem rechtsextrem ist. Schaut mal, was der geschrieben hat. Zucke jedes Mal zusammen, wenn erfahrene Politiker über die AfD Berlin hemmungslos als Nazi sprechen, um die eigene Klientel zu bedienen. Das ist nicht nur historisch falsch, politisch gefährlich, sondern schlichtweg grober Unfug. Was soll das? Ja Bild, was soll das eigentlich, die AfD als rechtsextrem zu betiteln? Liegt es vielleicht daran, dass die AfD im Osten so stark ist? Oder könnte es vielleicht sogar daran liegen, dass die AfD bundesweit immer mehr aufholt? Und oh mein Gott, schaut mal. Hilfe! Der Herr Höcke. Das Böse in Person. Er ist ein Verfassungsfeind. So eine Person darf niemals politische Verantwortung bekommen. Solche Dinge werden über ihn geschrieben, von unter anderem solchen Gutmenschen wie dem da. Dann muss das ja stimmen, oder? Aber nun haben wir jetzt das Problem, dass die AfD stärker geworden ist. Und zwar bundesweit. Und was könnten wir jetzt tun? Was würdet ihr denn tun, wenn ihr eine Altpartei wärt und Angst hättet, eure Posten zu verlieren? Vielleicht einen Flüchtlingsgipfel ins Leben rufen? Oh sorry, falsches Datum. Das ist der aktuelle Bericht. Der Herr Scholz ist ja jetzt Bundeskanzler. Und der legt jetzt seinen Plan für mehr Abschiebungen vor. Mal wieder wollen die Altparteien wie die CDU oder die SPD oder sogar die Grünen Härte zeigen beim Thema Migration. Und warum? Weil die AfD stärker geworden ist in den Umfrageergebnissen. Und das darf doch nicht sein, oder? Also was macht man? Man wendet AfD-Speech an. Und zwar vom Feinsten. Schaut mal. Der CDU-Generalsekretär fordert, die Zahl der nach Deutschland kommenden Geflüchteten zu begrenzen. Wir brauchen eine Begrenzung der Zuwanderung. Für solche Aussagen, die manchmal sogar noch weitaus harmloser sind, wird die AfD übrigens als rechtsextrem eingestuft. Aber zurück zu diesem Flüchtlingsgipfel am morgigen Mittwoch. Schaut mal, welche Pläne dort diskutiert werden sollen. Bald soll unseren Beamten sogar Zugang zu Gemeinschaftsunterkünften gestattet sein. Abschiebungen sollen auch nicht mehr wegen laufender Klagen oder Ermittlungsverfahren scheitern. Denn in diesem Fall müsse die Staatsanwaltschaft an der Abschiebung beteiligt werden. Dies erschwert es, die Ausreisepflicht durchzusetzen. Diese Fällen sollen deshalb reduziert werden. Und bald wird in den Landesbehörden eventuell sogar eine Nachtschicht eingeführt. Also Leute, was lernen wir daraus? Und täglich grüßt das Murmeltier. Beziehungsweise und täglich, wenn die AfD stärker wird, kommt der Flüchtlingsgipfel. Man muss die Bevölkerung ja besänftigen. Beziehungsweise man muss sie ja wieder in die eigene Reihe bekommen. Dass die Wählerstimmen dann eben in die eigene Partei wieder fließen und nicht in die böse AfD. Und deshalb wendet man eben kurzfristig dann wieder die AfD-Speech an. Und wenn man Tagesschau-Michel-Sternchen-Innen dann wieder ins eigene Lager, beziehungsweise in die eigene Partei zurückgeholt hat, tja, dann macht man weiter wie immer. Seit 2015 spitzt sich das Thema Migration in der EU aber vor allem in Deutschland zu. Und das Ganze ist auch gewollt. Oder wieso sonst hat man es bisher nicht in den Griff bekommen? Das Gegenteil ist doch der Fall. Es wurde immer schlimmer. Und uns wird dann immer erzählt, es handelt sich um humanitäre Hilfeleistung. Aber wenn man die Gutmenschen-Sonnenbrille mal herabsetzt und die ganzen Teddybären auf die Seite legt, tja, dann erkennt man die Wahrheit. Und deshalb, liebe Leute, lasst euch nicht verarschen, wenn es dann morgen heißt, die Altparteien, die planen eine Kehrtwende beim Thema Migration. Das Ganze wird definitiv nicht der Fall sein. Und das Ganze wird immer noch schlimmer. Immer noch mehr Menschen werden in Deutschland einwandern und unser Sozialsystem auseinandernehmen. Und dann folgt der nächste Flüchtlingsgipfel 2024, 2025 und so weiter und so fort. Und irgendwann wird es zu spät sein. Und alle, die meinen Kanal schon länger verfolgen und mich kennen, die wissen, wie meine Meinung lautet. Ich feiere Multikulti und ich finde es schön, unter verschiedenen Nationen zu leben. Aber too much is too much. Was will ich damit sagen? Diese Flüchtlingspolitik ist zum Scheitern verurteilt. Selbst Flüchtlinge heyden diese Flüchtlingspolitik. Und deshalb, lasst euch nicht verarschen von diesen leeren Flosken und von diesem Flüchtlingsgipfel. Denn das Ganze wird wie immer zu nichts führen. Simple as that. Jetzt bin ich raus. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr zu dem Thema steht. Ansonsten abonniert meinen Kanal. Und für mehr News, folgt mir auch hier. In dem Sinne, ich bin raus. Haut rein.